moin moin wohnzimmer kapitäne und willkommen hier auf dem siekrauts kanal ich bin nicht allein denn der ufe ist mit dabei hallöchen hallo zusammen wir wollen euch heute update 085 gemeinsam vorstellen deswegen auch ihr aber schon am header gesehen habt deep talk mal wieder hat den begriff hatten wir ja schon mal von daher aber gedacht den wärmen wir einfach noch mal auf fangen wir direkt oben an update 085 geht am donnerstag live und zwar von 7 uhr bis 10 uhr wenn die server runtergefahren am donnerstag das ist dann unsere zeit sieben bis zehn ja klar eins und update größe 1,5 gigabyte also die sollte auf jeden fall vorladen die ganze geschichte und gibt eine menge neuigkeiten oder uwe es gibt richtig tolle sachen wo wir uns schon lange darauf freuen nämlich das was wir auf dem test server auch schon mal im stream hatten kommt jetzt endlich die monsterwelle das wird der hammer genau da fangen wir auch glaube ich gleich mit an als erstes oben ja genau so ist es ich blende jetzt einfach noch eine andere seite ein ihr könnt mit verschiedenen zerstörern fahren und zwar drei zerstörer pro klasse gibt diese octopus klasse diese class moral ale und die barracuda klasse die sich alle unterschiedlich unterschiedliche stärken haben und unterschied verbrauchsmaterial darüber könnt ihr euch natürlich auf der separaten seite komplett informieren welche genau stärken wollte ich jetzt gar nicht darauf eingehen wir wollen euch das ganze update in und in in voll umfänglich sozusagen darstellen deswegen können wir nicht auf alle einzelheiten genau eingehen aber es lohnt sich auf jeden fall das macht super viel spaß wir haben euch das ja vom test server ich glaube zweimal sogar gestreamt und hatten super viel spaß es ist am ende sind es vier dreier teams die gegeneinander antreten also perfekt zu spielen für leute die quasi in klans organisiert sind da könnt ihr auch klaren intern sogar gegeneinander spielen wenn ihr irgendwie zwei dreier gruppen oder sowas habt dann kann man sich ja vielleicht durch zufall in das gleiche gefecht reinmatchen und so weiter ihr müsst dann die zerstörer nacheinander frei spielen immer gewisse anzahl an base xp da gesammelt haben ja und dann geht es darum verbrauchsmaterialien zu finden in diesen block zones genau also es geht ihr könnt es natürlich ihr müsst es nicht in der dv ihr könnt es auch alleine aber es macht sehr viel mehr sinn haben wir auch die erfahrung gemacht wenn man in der dv fährt und sich abspricht ihr fangt wirklich mit den zerstörern mit null an also ihr habt kein einziges verbrauchsmaterial am anfang sondern ihr müsst das in diesen drop zones sammeln und das gilt dann aber nicht nur für euch sondern für eure gesamte dv also alle bekommen dass wenn ihr das sammelt und es gibt unterschiedliche bewaffnungen es gibt zerstörer die haben torpedo und die haben ganz es gibt aber auch zerstörer die haben nur torpedo und haben dann noch so ein bisschen secondary also es ist sehr spannend die fahren teilweise mit ursinnigen geschwindigkeiten die torpedos haben bis 130 knoten am stück und das was ihr schon von anderen sachen wie halloween kennt der äußere kreis brennt und verkleinert sich immer also die spielfläche wird immer kleiner und ihr müsst auf immer engerem raum mit und gegeneinander kämpfen genau und eigentlich ist der schlüssel zum erfolg hat immer wirklich dicht beieinander bleiben ganz close miteinander absprechen wie gesagt ihr haben es versucht euch offen auf dem test server damals schon zu zeigen und am ende hat immer eigentlich das team gewonnen was sich am besten abgesprochen hat und wovon am meisten im team am ende noch gelebt haben und das ist eigentlich nur mit richtig guten teamwork zu bewerkstelligen was könnt ihr denn dafür bekommen das ist nämlich das nächste denn in diesen kämpfen kämpft ihr quasi um treibstoff marken das ist die neue temporäre ressource die jetzt ins spiel kommt für den für den update 085 der wird auch nur in update 085 verfügbar sein also diese monster valley event die ressource die könnt ihr dann wieder in diesem update und in dem nächsten update noch einlösen und danach wird sie dann eben umgewandelt in credits ihr bekommt hier direktiven vier direktiven a 10 aufträge und wenn ihr die ganzen direktiven durch habt bekommt ihr am ende hier diesen netten zerstörer geschenkt nämlich die hill und die darf man doch aber dann glaube ich schon behalten also die verschwindet nicht wenn das event weg ist das ist eine finale belohnung die ihr euch ständig wieder angucken könnt sozusagen und auch benutzen könnt also ganz normale ganz normale geschichte das event hier 22 27 27 juni bis 22 juli in dem zeitraum müsst ihr quasi direktiven erfüllt haben und dann ist der us-zerstörer euer für ever so wie ich das hier lese fünfer okay hast du eine ahnung was das eigentlich die ganzen schiffe die da drin sind sind ja quasi modifikationen oder mutationen von normalen schiffen von was könnte die hill so die mutation da bin ich gar nicht so bewandert drin wieder bei den amerikanischen zerstörern aussieht die habe ich noch nicht besonders hochgefahren keine ahnung ich würde jetzt aus dem stehgreif vielleicht sagen nicolas aber eigentlich ist die hill eine komplette eigenentwicklung ne das hier wurde jetzt wirklich auch lange im supertest getestet und ja ich glaube es ist eine komplette eigenentwicklung nicht eine basis von nan nicolas oder sowas in der art wird es ja noch spannender ja und hier haben sie halt nur eine nette tarnung mit angebracht viel viel interessanter ist eigentlich noch was danach noch kommt finde ich persönlich der fünfer zerstörer nimmt man gerne mal mit sage ich jetzt mal aber man kann sich auch für treibstoff marken nämlich die benham holen und zwar für 800 treibstoff marken sind dafür notwendig und ja das ist doch recht anstrengend um an 800 treibstoff marken zu kommen ich scroll hier mal kurz runter hier unten wird es nämlich erwähnt was man sammeln kann also hier wenn man jede direktive abschließt dann bekommt man treibstoff marken moment ist das jetzt hier insgesamt gibt es 800 da steht hat hier haben wir abschluss aller direktiven sind 250 marken dann gibt es noch mal für die täglichen lieferungen also das ist ein log bonus 50 marken dann gibt es wirtschaftliche aufträge in wilden gefechten also so was keine ahnung das wird dann hier so was sein wie macht vier brände als beispiel jetzt so eine sachen da kann man bis zu 300 marken bekommen und für den täglichen abschluss tägliche aufträge das sind diese täglichen gefechte 150 marken und dann wird es noch einen besonderen marathon gibt der separat angekündigt wird da gibt es dann noch mal 100 marken für und dann hat man 850 marken kann man in summe verdienen 800 braucht ihr um dann die benham freizuschalten und ich kann euch jetzt schon sagen der t9 zerstörer der lohnt sich wirklich er hat 10 halb kilometer reichweite sehr schnelle torpedos und acht torpedos an jeder seite die super schnell nachladen also die kann man runterskillt auf 65 sekunden nachladezeit sichtbarkeit des zerstörers sind 5,9 kilometer also ihr merkt schon läuft auch die tondrehzeit ist angenehm steht ja ja alles dabei könnt ihr euch dann alles noch mal nachlesen wenn ihr ein paar genaue details haben wollt setzen wir euch alles unten in die beschreibung rein und wem das ganze gefällt und ich muss dazu sagen uns hat es gefallen von der musik von der atmosphäre vom hafen es die haben sich richtig toll mühe gegeben wem das ganze gefällt und wem vor allem die tarnungen der einzelnen schiffe gefällt der hat hinterher die möglichkeit sie sich entweder aus den containern zu ziehen oder man kann sie auch gegen dublonen kaufen also für die schema für die dearing für die gearing für die große und so weiter und so fort die tarnung da drin könnt ihr ähnlich wie die weltraum tarnungen zuvor halt auch gegen dublonen erwerben so ist es ja genau diese container hatte ich vollkommen vergessen und dafür bist du ja dann da ja die gibt es halt auch in den direktiven gibt es halt auch container die er da bekommen könnt und so weiter und es gibt auch wieder die premium varianten davon und wer uns kennt vielleicht habt ihr glück und können in einem der anderen und den ein oder anderen live stream man container bei uns mitnehmen oder bei uns auf dem discord wo wir einen verlosen vielleicht das denke ich wird so sein ja genau so dann würde ich einfach sagen springen wir zum nächsten punkt das ist nämlich eine matchmaking verbesserung zumindest wird so von walking angekündigt wie ist denn deine meinung dazu ich habe es mir durchgelesen also es ist so es geht um die anzahl der stufe acht träger in den gefechten zwischen acht und zehn so und da heißt es ab der ersten warteminute kann es halt also wenn man auf ein gefecht wartet und es man wartet weniger als eine minute und springt rein dann ist da auch maximal nur ein flugzeug träger in jedem team drin sollte man länger warten dann kann es sein dass es ab zwei minuten schon zwei träger gibt und das schlimmste was einem passieren kann nämlich ab der dritten warteminute könnten es drei sein und dann habt ihr auf jeder seite drei ihr habt sechs träger ich meine es wird selten vorkommen aber wenn es passiert dann darf der rest eigentlich an den kartenrand fahren und zuschauen weil das machen dann die träger unter sich aus vermutlich mal angeblich ist es so sie wollen das reinbringen damit die anzahl der träger gerade auf stufe acht weniger wird damit man hat wirklich immer nur ein träger hat und wir haben in letzter zeit öfters das problem gehabt dass man als zerstörer reinkommt und man hat dann plötzlich zwei träger auf jeder seite und da ist man eigentlich schon fast geliefert ich weiß es noch nicht ich bin da bisher sehr skeptisch muss ich sagen ob das nicht ganze so einen kleinen pferdefuß hat und ob wir dann nicht doch öfters zwei oder vielleicht sogar mal drei was du schon sagt dass im vorgespräch auch jetzt waren schon drei träger möglich aber man hat es gott sei dank fast nie gehabt genau und ich glaube jetzt meine persönliche sache ist eher die optimistische sache weil jetzt einfach hilft ja dass man am anfang garantiert gute wahrscheinlichkeit hat nur auf einen träger zu treffen auch auf der höheren tierstufe und ich glaube sie bauen das auch deswegen jetzt ein wohl der große schwall an cv fahrern wo jetzt wirklich alles durchgeforscht werden muss und seine sachen einfach ein ticken durch ist und sie können sie das jetzt erlauben ohne die wartezeit auch für die cv fahrer zu lang werden zu lassen und ich glaube das ist ganz gut getestet wird aber auch ab und zu halt mal so peaks geben wir haben ja noch eine in der mittel bild zum beispiel im supertest die irgendwann mal als cv ins spiel kommen wird dann wird es vielleicht mal wieder ein bisschen mehr an cvs geben also eine sachen also ich sag mal so die sind immer noch häufig vorhanden das ist auch in anführungsstrichen gut so weil wargewin das ja auch so wollte dass die games sich ein bisschen so in der in die richtung verändern ja aber gut ist jetzt so ein bisschen so der große hype ist abgeklungen wollen wir es mal so ausdrücken das ist richtig ja es gibt es gibt schon vereinzelt games oder vielfach games wo man gar keine mehr sieht und wenn man dann plötzlich zwei auf jeder seite hat dann denkt man sich auch auch nee muss jetzt nicht sein also wir warten mal ab und wie du richtig sagst wir gehen mal positiv ran lieber in jedem match dann halt ein anstatt zwei ist vielleicht auch nicht verkehrt genau apropos eins und zwei wir kommen zur keilerei so ist es das war ja richtig gereimt uwe wie lange hast du dafür geübt wow vorhin schrieb mich einer an und sagte was machen die denn jetzt mit wildschwein ich sag was willst du ja clan keilerei nennt sich das ganze die neuen clan wars die jetzt kommen und jetzt acht gegeben die kommen nur an zwei tagen also nehmt euch für den sechsten und für den zwanzigsten juli nichts vor das sind samstage und nur an diesen beiden tagen gibt es clan wars an keinem anderen muss man wissen so ist es sind halt express schlachten kann man sagen einmal auf t8 einmal auf t10 also erst mal wird auf t8 geübt und am 20 juli dürfen wir darauf t10 ausfahren es wird da belohnungen geben und so weiter das ist aber erst in einem separaten artikel zu sehen dann das wird nämlich dann in der nächsten woche veröffentlicht also anfang juli wird das dann soweit sein also steht ja schon drin dass es stahl geben wird das weiß man schon und andere wertvolle gegenstände da gehen dann die klappen der ohren schon wieder nach oben was andere wertvolle gegenstände vielleicht besondere module besondere tarnung wir wissen es nicht wir werden sehen genau und was man ganz wichtig noch sagen muss bei den klaren keilereienwerten werden nur siege gewertet und nicht so wie bei den alten klaren gefechten wo auch niederlagen dann punktabzug gaben hier werden nur siege gewertet das heißt wenn man verliert verliert man quasi keine punkte die man sich erarbeitet ist so ein bisschen wie rankt fühlt sich das für mich an so und dann geht es weiter jeder clan hat natürlich der prime times ach so du hast noch was nee genau daraufhin wollte ich gerade dass du das noch ich dachte du bist schon beim nächsten thema genau da habe ich nämlich vorhin den fehler gemacht hat mir die uhrzeiten die da drin stehen angeguckt und war etwas entgeistert aber und dann kam der wertvolle hinweis vom racher und der hat mir erklärt wie es richtig ist nämlich das ist utc und utc heißt im sommer plus zwei in deutschland und das heißt auch dass die gefechtszeit hier nicht 15 bis 21 uhr ist sondern 17 bis 23 uhr und so verhält sich das natürlich mit den anderen servern ganz genauso so könnt ihr euch die angenehme prime time sozusagen selber aussuchen genau jeder clan kann sich aussuchen in welcher zeit er spielen möchte an diesen tagen man kann allerdings wenn man es einmal gewählt hat dann nicht mehr wechseln an dem tag an dem tag klar sind ja nur zwei tage ja und ansonsten gibt es dann sicherlich in der nächsten zeit noch ein paar infos und die werdet ihr wie immer dann auch bei uns im discord in facebook oder in einer flaschenpost finden so ist es und dann gibt es gewertete sprints als nächstes genau gewertete sprints sechs gegen sechs auf stufe sieben das merkt sich eigentlich ziemlich gut finde ich das kennen wir im grunde genommen kennen wir das alle schon nur dass es diesmal muss man dazu sagen es gibt zwei seasons die fünfte und die sechste gleich hintereinander also die fünfte geht jetzt am donnerstag los geht bis zum 9 juli und zwei tage später schon beginnt die nächste season man hat also richtig im grunde genommen fast durchgängig für bis zu einem monat spielzeit da drin und was man auch wissen sollte bei den sprints ist es ja schon in der vergangenheit so gewesen es gibt keinen stahl da gab es vorhin schon die ersten die sagten auch nö dann mache ich das gar nicht aber gut es gibt kohle es gibt cash und es gibt jede menge fähnchen also es gibt schon einige sachen wo es sich trotzdem lohnt damit zu fahren böse und ihr habt da auch wieder liga 1 liga 2 ihr habt jede menge unumstößliche plätze 10 9 8 ist unumstößlich dann 5 3 und 1 das heißt es recht angenehm selbst wenn man dann nicht mal so ein bisschen anführungsstrichen durch sterben muss man kann nicht halt so weit zurückfallen eine der sachen die mich an dem ganz normalen gewetteten gefechten jetzt auch wieder so ein bisschen genervt haben dass man von 10 glaube ich war der letzte unumstößliche bis 1 quasi immer wieder zurückfallen konnte das war ein bisschen anstrengend finde ich persönlich gerade wollen man doch teilweise ja sehr stark auf der team mit auch angewiesen war teilweise ist einfach so da konnte man zweihunderttausend schaden machen und sich anstrengen und das ging trotzdem nichts vorwärts außer dass man dann erster war aber gut es gibt divisionen genau das ist natürlich in der zweier division maximal aber es können pro team seite drei divisionen also sechs leute sprich die seite kann aus drei divisionen bestehen und auf der anderen seite auch man muss aber auch wissen ich kann mit einer die wir nur in ein game gehen wenn auf der anderen seite mindestens die gleiche anzahl von divisionen ist also mindestens auch eins sonst geht es nicht aber ich finde schön ich finde gewertet in einer zweier die wie das macht einfach spaß ich habe euch jetzt parallel noch mal die ganzen belohnungen eingeblendet gehabt also die kohle für platz eins fand mein 10.000 kohle gar nicht mal von schlechten eltern besondere flaggen und so weiter habt ihr eben gerade schon gesehen gesagt immer noch mal der hinweis die ganzen links die wir hier benutzen kommt unten in die beschreibung wenn ihr euch dann noch mal ganz in ruhe was durchlesen wollt und nicht hier die pause drücken wollt dann könnt ihr dann unten ohne probleme finden gut und das war es mit den gewerteten oder kommen wir zu den vermeintlichen verbesserungen der spielmechanik oder game balance okay wieso vermeintlich naja das ist ja auch immer im auge des betrachters deswegen vermeintlich oder vermeintlich okay dann frage ich mal direkt bist du denn der meinung das was da kommt mit den mechaniken die sie verändert haben für den torpedo schutz sekundär batterie und so weiter ist das für dich eine verbesserung also ich glaube es ist auf jeden fall eine transparentere geschichte wer hatte nicht schon mal die situation also ich hatte sie schon mehrfach und wahrscheinlich du auch dass man ein schiff getroffen hat man konnte das auch durch fernglas sehen ja und man hat aber keinen schaden gut gutgeschrieben bekommen obwohl man der penetration angezeigt bekommen hat und genau das machen nämlich jetzt diese 93 symbole ihr seht es ja hier dass quasi der äußere panzerungs layer überwunden wird aber der zweite nicht mehr und das ist eben genau das wo man sagt man hat da sachen getroffen die eben beschädigt oder zerstört waren respektive torpedowülste die extra dafür da sind weil die die haben halt keine trefferpunkte diese bereiche die torpedowülste existieren um den torpedowülste abzufangen aber keine trefferpunkte abzugeben und wenn man soweit mit einer granate getroffen hat hat man auch keinen schaden gutgeschrieben bekommen und jetzt wird das halt geändert hat zum beispiel wenn die granate eine sekundär batterie oder torpedowürfer der fäuste zerstört ist trifft bekommt man trotzdem ein overpen wert gutgeschrieben also zehn prozent des alpha damage der granate kann vorteilhaft sein kann aber auch nachteilhaft sein weil in dem moment wo man vielleicht viel tankt und besonders viele granaten von amino tower oder sowas abbekommt dann hat man vorher wenn das bereich komplett zerstört war sehr wenig bis gar keinen schaden mehr bekommen und jetzt bekommt man automatisch immer wenn dann diese bereiche getroffen werden muss man sagen ja ist sicherlich auch nicht bei jedem schuss dabei aber kann jetzt häufiger vorkommen dass man halt trotzdem den overpen werte gutgeschrieben bekommt ja also die minotauer und euch dann natürlich abgezogen da bin ich mal gespannt ob die tank fähigkeit mancher schiffe jetzt noch so gut ist ja also es hat sowohl vorteile für einen als angreifer als auch nachteile und zusätzlich kleine schmanker am rande es sind neue bänder wenn ihr also mal wieder eine aufgabe kriegt erreicht 500 bänder oder sonst irgendwas dann habt ihr jetzt drei zusätzliche da geht schneller sozusagen kann man so sagen auf der anderen seite wurde halt vorher anders dargestellt das band hat man trotzdem bekommen also man hat vorher den pen band bekommen obwohl er keinen schaden bekommen hat hat nicht gesehen genau richtig okay und dann geht es weiter und zwar in änderungen der game balance für die flugabwehr im vorfeld gerade darüber gesprochen und darüber diskutiert war das eigentlich eine sehr interessante sache ist wie stellen wir das jetzt am besten da wie erklären wir das am besten also der aktuelle stand also vor diesem update 085 ist ihr kommt mit einer zehn flieger staffel an fliege über euch rüber und ihr wundert euch eure ganze flak schießt und macht und ballert ganz oben rechts in der anzeige wenn ihr es denn aktiviert habt steht zwar eine zahl die steigt auch ab und zu immer so im sekundenzyklus wird die dann aktualisiert weil ihr macht ja schaden auf die flugzeuge aber ihr schießt keine ab wie viele leute von euch habe ich da draußen schon gehört die gesagt haben meine fresse ich schieße hier die ganze zeit und holen nicht einen einzigen flieger runter genau das wird sich in zukunft ändern wollen nämlich in zukunft also aktuell sind noch so dass immer eine sekunde ein flieger gefokust wird dann der nächste dann der übernächste und so weiter also alle zehn immer durch und dann fängt da wieder von hinten an wieder durch also wie so ein noch mal so neidrider balken der dann immer so gut einmal durch noch mal durch und so weiter und jetzt ist es eben so dass das letzte flugzeug in dem geschwader immer so lange gefokust wird bis es abgeschossen wird das heißt ihr rotzt die ganze zeit auf flieger zehn danach rotzt ihr die ganze zeit auf flieger neun dann auf flieger acht und so weiter damit wird sich die anzahl der abschüsse die jeder einzelne zum beispiel wenn ihr drei oder vier schiffe habt die alle drauf schießen sehr wahrscheinlich in die richtung bewegen dass alle etwas abbekommen und nicht einer nur schaden macht und der anderen die ganzen abschüsse gutgeschrieben bekommt es hat aber nicht nur für die schiffe vorteile es hat auch für die anfliegenden träger vorteile weil im grunde genommen ist es ja so also vor und nachteile im grunde dann ist es ja so jetzt wenn ich mit meiner staffel unterwegs war dann konnte es sein dass plötzlich ganz vorne mein seitenmann weg war und ich dann nur noch als einziges flugzeug torpedo schmeißen konnte oder sowas in der richtung im moment nach dem update ist es so dass von hinten aufgeräumt wird das heißt die letzten flugzeuge werden abgeschossen was erstmal für den vorne fliegenden gut ist weil er kann mit seinen zwei flugzeugen seinen angriff durchführen aber es hat natürlich auch den nachteil es wird einem sozusagen der nachschub gekillt das ist wie du vorhin schon richtig sagt es im vorgespräch bisher konnte man dann halt wenn man gesehen hat okay jetzt werden sie langsam gelb jetzt schicke ich sie mal dann doch schnell nach hause oder sowas in der richtung ja pustekuchen also es haben alle vorteile was haben halt auch alle ein paar nachteile es ist eine sehr interessante änderung wie ich finde man muss sehen wie das dann in der praxis aussieht dazu gibt es dann auch änderungen bei dem motorboost um das ganz kurz noch mal zu erwähnen wir hatten es auf der facebook seite und bei den aktualisierungen also wir haben ja immer unsere ausblick folgen da hatten wir darüber schon mal gesprochen bei den fliegern ändert sich jetzt was und zwar bekommen alle torpedo bomber und hae ap bomber jetzt eine änderung und zwar werden sie jetzt ab jetzt 26,25 knoten verlangsamen und das war vorher eben 17,5 knoten das betrifft aber nur amerikanische und britische flugzeuge ja denn japanische und deutsche verlangsamen jetzt um 30 knoten und zuvor haben sie um 20 knoten verlangsamt und diese diese sache findet dann auch für alle nationen bei den schlachtflugzeugen statt also diese 30 30 knoten verlangsamen statt 20 knoten das ist ein bisschen doof zu erklären aber es wurde da jetzt vereinheitlicht wie der motorboost beziehungsweise die motorverlangsamung jetzt stattfinden wird in Zukunft um dann gleich weiter zu schauen die graf zeppelin da gibt es auch änderungen die wird gebufft und zwar richtig gibt fast 1000 trefferpunkte mehr an torpedoschaden die passereindruckswahrscheinlichkeit wird deutlich erhöht also um vier prozent zumindest was doch recht deutlich ist denke ich 29 prozent stehen dazu gerade zu buche dann und dann gibt es eine normalisierung bei den bomben das heißt die ungünstigen winkel werden sozusagen verbessert wo die bombe sich um fünf grad mehr normalisiert um dann doch zu penetrieren als statt vorher abzupreien das heißt ihr habt fünf grad mehr spielraum nach links oder rechts oder vorne oder hinten je nachdem wie man das dann aus welcher richtung man das sieht damit soll die fechtsleistung der zeppelin dann deutlich verbessert werden und dann gehen wir weiter gleich würde ich sagen nämlich zum interface in gefechten genau da ändert sich auch etwas und zwar änderungen die richtig gut finde wie oft habt ihr schon vielleicht in der dv gesessen und habt wenn dann jemand sagt ja guck mal a1 oder sonst irgendwo da 7 j7 und bisher waren die buchstaben und die koordinaten halt unten und links und das ist teilweise im spiel und je nach bildschirm wirklich schlecht zu sehen gewesen das ganze haben sie geändert die kommen jetzt an den oberen und an den linken rand die koordinaten und dadurch wird man es wesentlich besser sehen sie haben weiterhin noch die markierung für die letzte bekannte position das musste man sich bisher ja wenn man es neu hatte einmal einstellen das ist jetzt automatisch aktiviert und es ist sehr hilfreich weil viele haben es nicht eingestellt oder kannten es noch gar nicht und die option zum drehen der mini karte wurde in die einstellung verschoben und dann haben sie halt auch noch die hotkeys fürs verkleinern und vergrößern also plus und minus die waren bisher auch immer als overlay drauf auf der karte und das haben sie jetzt auch weggenommen das heißt die karte wird besser sichtbar ihr habt bessere koordinaten finde ich eigentlich ziemlich gut genau und damit geht es dann auch einher die räume einfach noch mal ein bisschen weiter aufpassen das alles ein bisschen besser an im hafen sieht er jetzt hier zum beispiel nicht mehr dieses wargaming zeichen was da immer war sondern jetzt gibt es eine rote blase wo dann new drin steht ja da könnt ihr mal ganz genau sehen wo ihr irgendwelche sachen für sammlung vervollständigt habt oder wo neue inhalte verfügbar sind oder wo irgendwelche kampagnen abgeschlossen wurden oder 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 so das finde ich persönlich dann auch ganz cool dass sich da ein bisschen was ändert genau gerade bei sammlung war es ja bisher so dass man es gar nicht wirklich mitbekommen hat man musste ja auf profil dann auf sammlung und dann wurde einem erst angezeigt da habe ich neue gegenstände bekommen oder da habe ich doppelungen bekommen oder so weiter also ihr seht das was sie angefangen haben beim hafen umzugestalten die gesamte benachrichtigung auch jetzt neu mit den containern wie das alles ist und so weiter das führen sie jetzt konsequent vor und sie haben auch ein paar neue anfänger tipps für alle die die anfangen zu spielen haben sie mit reingebracht wie man den gefechtstyp ändert captain's fähigkeiten und so weiter also sie versuchen jetzt so dass was oft bemängelt wurde dieses fehlende anfangs tutorial versuchen sie jetzt in stücken nachzubauen und es ein bisschen mehr zu machen ja das gefühl habe ich auch und dann gibt es ein neues chef ja und zwar die yoshino findet es jetzt findet jetzt den weg in die waffenkammer und zwar könnte die dann ab donnerstag nach dem update also 10 uhr für 248 48.000 kohle erwerben ist ein super heavy cruiser könnte man sagen 310 millimeter kanonen sind da dabei ihr habt zwei verschiedene torpedotypen 20 kilometer reichweite 12 kilometer reichweite große brandwahrscheinlichkeit gute penn werte macht echt spaß die geschichte ist natürlich auch so ein bisschen zu fahren wie die azuma also wenn ihr die schon habt könnt ihr euch darauf einstellen dass die sehr ähnlich ist ein bisschen bessere flugabwehr also eine sachen hydroatrustig gibt es jetzt dann hier auch auf diesem schiff weil die azuma ja auch nicht hat also von daher hat sich doch einiges getan ihr habt eben gesehen ihr habt einen taschenrechner aufgemacht ich wollte euch einmal sagen die die rabattcodes wurden ja jetzt quasi gerade für schiffe werden ja resettet oder wurden resettet am dienstag um 20 uhr und ja der dann würdet ihr nur noch 186.000 kohle bezahlen müssen wenn ihr den code für die yoshino einlösen möchtet ich kann nur sagen ich habe da schon mal dem einen oder anderen über die schulter geguckt und konnte mal ein bisschen schnuppern sei jetzt einfach mal mir persönlich hat die yoshino saumäßig viel spaß gemacht und ja ich persönlich finde sie das bessere schiff als die azuma ist meine persönliche meinung mit ein bisschen glück wenn ich sie mir denn direkt gleich hole dann könnt ihr demnächst eine schiffseinweisung bei uns auf dem kanal für die yoshino erwarten da gehe ich mal ganz ganz fest davon aus und dann kannst du das ja immer noch mal mit der azuma genau im 1 zu 1 auch ein bisschen vergleichen und so weiter also ich bin auch sehr gespannt drauf auch mit den torpedo reichweiten und ähnliche sachen auf t10 ja könnte spannend werden mal gucken 20 kilometer reichweite das einfach mal rein spämen wenn man denn zu ist und aus in vorderer linie zu ist da kann man die richtig geil da reinwerfen aber die sind natürlich dann auch nicht so schnell worauf ich sehr gespannt bin sie haben ja gesagt den torpedo abwurf link winkel werden wir lieben also da erwarte ich eigentlich mindestens so was schönes wie von einer zau oder ähnliche sachen ich denke das ist nicht vermessen definitiv nicht der ist sogar noch besser was ich gesehen habe kurzer hinweis noch kupfer und molybdenen wird es nicht mehr geben darf die haben neue namen bekommen gewertete marken und clan marken weil es gab doch einfach sehr viel unverständnis wo man denn kupfer und molybdenen eigentlich herbekommen hat herbekommen konnte und so wisst das jetzt die gibt es dann halt in zukunft genauso wie bisher auch in clan wars beziehungsweise gewertete gefechter aber sie heißen jetzt halt ein wenig anders so ist es und dann haben wir natürlich auch wieder neue tarnung dabei ich will jetzt gar nicht auf alles eingehen die guckt euch einfach das bild an die werte stehen ja hier im video dabei habe ich euch eben schon einmal gezeigt dann kann man sagen dass natürlich die marken umgewandelt werden und zwar die versorgungsmarken dies in dem victory teil 1 gab dafür kriegt er dann nämlich jetzt ja hier kredits gutgeschrieben 8000 nämlich für das stück und die die jetzt noch aktion aktiv sind mit die rationsmarken die werden dann mit dem nächsten update also nicht mit 085 sondern dann mit 086 für 22.500 kreditpunkte umgewandelt ja also pro stück natürlich apropos kreditpunkte es geht ans geld verdienen genau so ist es gefechtsökonomie so heißt das stichwort es wird ein buff geben und zwar für viele viele deutsche schiffe zwar nicht direkt im gefecht aber nach dem gefecht und zwar werdet ihr eure durchschnittlichen kreditpunkte steigern ohne dafür viel mehr tun zu müssen also ihr kriegt einfach durchschnittlich fünf prozent mehr für zum beispiel den großen kurve ist für den friedrich für die bismarck eigentlich die kompletten schlachtschiffe von t10 bis t3 runter dann gibt es auch bei den russischen kreuzern ton t7 bis t10 hochveränderungen ich will gar nicht auf jedes schiff eingehen das wird jetzt den rahmen sprengen verlieren tun eher die franzosen die briten ja gewinnen tun eher die deutschen teilweise die russen teilweise die panasiatischen schiffe das kann man eher so festhalten es ist man hat am anfang war auch so mein erster gedanke okay die die mit he unterwegs sind die verlieren mehr aber es ist doch sehr durchwachsen und sehr durchmischt aber die franzosen die haben schon ich meine es sind fünf prozent aber trotzdem das sind schon ganz schöne einbuße gerade wer mit der republik oder sowas oder dem conqueror unterwegs ist als brite da sind dann die fünf prozent nachher schon nicht ganz wenig auf t10 ist fünf prozent eine ganze große stange geld ja und das ist natürlich dann auch bei den ep so also hier die bayern die deutschen die panasiaten und so weiter die bekommen mehr ep wobei dann zum beispiel die franzosen fünf prozent abgezogen bekommen teilweise auch die briten und es gibt sogar welche die zehn prozent abgezogen bekommen nämlich die t1 schiffe gut hast du eine vermutung warum die das machen na nicht so ganz konkret aber wahrscheinlich war das in der im balancing nicht gut genug sei es einfach mal offensichtlich man muss ja auch mal so sehen die bäume die sie jetzt den nerven das sind die neueren bäume nämlich die franzosen und die briten hauptsächlich also die russen sind jetzt auch schon länger länger dabei aber hauptsächlich sind es ja die anzahl der schiffe er franzosen und briten und die schiffe die älter sind nämlich die deutschen und die russen und teilweise auch japaner sind ja immer wieder mit dabei so teilweise die bekommen eher was dazu also trifft jetzt wirklich nicht auf alles zu ist so nur so eine gefühlssache von der überzahl der flaggen die man hier so sieht also wenn wenn man so ein bisschen betrachtet was man so in dem letzten halben jahre an schiffen gesehen hat die man sehr oft sieht und der sehr viel gefahren sind dann kriegen meiner meinung das ist nur meine ganz persönliche meinung hier auch schiffe ein buff die man nicht mehr so oft gesehen hat und vielleicht wollen sie ein bisschen animieren dass die wieder halt auch ein bisschen mehr gefahren werden durchaus man so ein bisschen den ausgleich zu schaffen dass die älteren bäume dann halt auch noch mal so ein bisschen einen kleinen buff in der form kriegen na gut ihr wisst es auf jeden fall guckt ob die schiffe die ihr fahrt mit dabei sind dann wisst ihr verdient damit mehr oder halt weniger credits genau und dann kommen wir zu den neuen tarnung die sie ins spiel bringen wollen die euch demnächst erspielen könnt wahrscheinlich mit neuen kampagnen ich zeige euch ganz kurz die bilder einmal hier ist die dreadnought zu sehen da die emden finde ich richtig schick mit dem adler vorne drauf an der seite albany schalzen die tarnung sehen fast gleich aus ja also ich will die dreadnought haben auf jeden fall die sehr schick und ich habe das schiff das finde ich gut aber apropos schiff es kommen erstmal im supertest aber es kommen auch ein paar neue schiffe die irgendwann auch den weg dann zu uns finden werden so ist es und zwar jetzt in den supertest für die kontributoren und super tester und so weiter die sandara quasi eine konkwärer mit 457 mm kanonen ja die dann keine andere option hat ne also ist quasi konkwärer als premium schiff könnte man sagen auf t10 dann gibt es den zerstörer die high eight das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau habe die werte jetzt gerade nicht im kopf dann natürlich unser geliebte siegfried dampferchen t9 heavy cruiser also super heavy cruiser ja irgendwie so ein misch schlachtkreuzer haben wir eigentlich schon bei den schlachtschiffen keine ahnung wie man das genau in deutschland schreibt mir gerne in die kommentare wenn ihr da genau die begriffe für habt dann die friesland die keine torpedowerfer hatte so war das glaube ich die hat nur ganz und zumindest stand jetzt im supertest und die ag royal der flugzeugträger der damals wo die flugzeuge startet sind ja die bismarck da versenkt hat also ein traditionsschiff hier noch mal die siegfried in großaufnahme 380 mm kreuzer streuung kreuzer streuungs ellipse stand jetzt vor dem supertest muss man ja sagen wird also noch ein bisschen dauern ein bisschen ins spiel kommt braucht also noch nicht darauf zu warten dass das gleich nächste woche der fall sein wird die testen erst mal noch so sie haben noch etwas verändert ja eigentlich nur eine randbemerkung sie haben den filter der schiffe verändert ihr könnt jetzt also noch mehr sachen die euch nicht gefallen besondere tarnung oder ähnliche sachen könnt ihr dort ausblenden einblenden ja ist schön ist macht es vielleicht ein bisschen übersichtlicher aber das war es da eigentlich auch was das angeht eine sache kann man darauf hinweisen und zwar erscheint jetzt die recruiting station in den kontakten ja das heißt da könnt ihr dann sehen wie viele user und welche user die ihr rekrutiert habt gerade online sind mit denen ihr zusammen fahren könnt ihr wisst ja aus dem in dem rekrutierungsbüro wenn ihr mit denen zusammenfahrt kriegt ihr mehr rekrutierung sternchen glaube ich um dann dafür marken zu bekommen wenn ich mich recht entsinne und oder sind direkt marken die man bekommt und da könnt ihr dann heute mit euren verbündeten und geworbenen sozusagen direkt zusammen fahren um einfach schneller an eure container zu kommen die er da so haben wollt dann kommen wir zu sonstigen änderungen und verbesserungen da finde ich eine sache gar nicht so unwichtig und zwar sie haben mit 085 sind sie wieder dabei die scale vom bibliothek weiter zu überarbeiten damit hatten sie auch schon angefangen also für das rendern der interface elemente etc und da kann es durchaus sein dass ihr euren grafik kartentreiber mal aktualisieren müsst damit das richtig korrekt läuft das seht ihr aber auch es gibt einen link dazu auf der seite und da seht ihr ob ihr dann auch betroffen seid und wenn ja wie das ganze von statten gehen muss aber die mehrzahl der neueren treiber wird da gar keine probleme mit haben so ist und der restet rein optische geschichten hier also viele optische und nebensächliche geschichten griechenland bekommt jetzt städte wird ja dann mit dem update 086 sogar tageslicht wahrscheinlich bekommen also bessere wetter und dann was ich hier noch ganz interessant fande gerade für streamer wie mich ganz interessant im übungsraum sind ja zuschauerschiffe möglich die fünf sekunden nach gefechtswegian automatisch zerstört würden und hat ohne auswirkung auf die wertung in dem gefecht und das hilft halt wirklich sehr wenn man turniere fährt und da streamen möchte dass man dann eben nicht zerstört werden muss dass irgendwie wer dann also schon zerstört werden muss aber halt nicht von den mitspielern sondern automatisch sozusagen in anführungsstrichen stirbt so um dann mit der freien kamera eben rumzuschweben um euch dann das gute bild zu zeigen sonst wie gesagt alles fehlerkorrekturen was man hier sagen kann grafische änderungen und also eine sachen was in der anzeige nicht richtig im hafen angezeigt wurde wie die kaliber zahlen vielleicht falsch waren teilweise habe ich auch ab und zu mal festgestellt ja nichts dramatisches namensänderung für die gamescom tarnung in schwarz und blau anstatt 2018 und die alten also wir sind eigentlich durch mit den patch notes und ich würde sagen etwa eine ganze menge informationen wir sind jetzt bei 35 minuten ist natürlich ein ticken länger dass das video braucht natürlich ihr wollt eine menge informationen haben und wenn er sie haben wollt dann wir können sie leider nicht in zwei minuten quetschen und deswegen schaut uns seht uns bitte nach aber ich glaube ihr habt ihr in diesem format habt ihr das letzte mal schon geschrieben sehr viel spaß wieder gehabt mit uns beiden wir uns hier abgewechselt haben ich hoffe das ist auch weiterhin so lasst uns gerne einen daumen nach oben da wenn ihm so ist ich bitte euch sogar um eine menge kommentare schreibt unten internet video hat es euch gefallen ist euch das video zu lang sollten wir es noch kürzer fassen ist noch schwieriger ja aber umso mehr inhalte kommen desto schwieriger ist das so ein video glatt hinzubekommen in 15 minuten das ist einfach schwierig aber gut wir sehen uns im spiel ihr fahrt mit uns die monsterwelle rauf und runter und ansonsten natürlich in den bekannten live streams und alles andere im discord facebook überall wo ihr uns finden könnt genau und in dem seien wir sagen wir beide einfach tschüss und immer eine hand breit wasser und abgel bis zum nächsten video hier auf dem kanal tschau tschau tschau